So, hallo und alle, zur nächsten Folge von Fever's Strande, zusammen mit dem Kev. Hi. Was geht? Ab. Ich bin gehypt gerade, irgendwie so ein bisschen wegen diesem Mod. Aber auch ein paar kleine Sachen habe ich jetzt auch noch nicht ganz rausgeräumt gehabt, zum Beispiel wie man an Satelliten kommt, aber zwischen den Folgen habe ich die Gelegenheit genutzt und mal nachgeschaut und es gibt tatsächlich... Ich habe richtig geraten. Ja, es gibt tatsächlich einen Craftinger zur Tür. Also zur Hälfte. Man muss nicht selbst durchfliegen, sondern man muss... Man kriegt Satelliten, wenn man aus dem Orbit, wenn man eine Rakete hochschickt und einem Satellitenchip in den Guidance-Computer legt und eine leere Satellite-Bay dabei hat. Und ich gehe mal davon aus, dass die Rakete dann auch wieder zurückkommt und deswegen wäre es schon mal schön, ein Launchpad zu haben. Haben wir noch eine Fueling-Station? Bestimmt außerdem dieses Monitoring-Ding brauchen wir. Um eine Rakete zu starten, ohne selbst drin zu sitzen. Also ich glaube, wenn man selbst drin sitzt, braucht man diese Monitoring-Station gar nicht. Ja, das hat mich auch gewundert. So, wieso muss einer Puzzle sozusagen... Da kannst du ja allein in den Modell spielen. Wir müssen aber, so wie es aussieht, dann dementsprechend die Teile nochmal craften. Eine Rocket-Assembling-Maschine brauchen wir nochmal. Oh, shit. Oh, shit. Hast du die ganze Zeit unseren Dings da durchlaufen lassen? Mice-Fabricator? Äh, kann sein. Wir hatten doch mal Iridium da produziert. Hm. Er hat keinen Strom. Lol, das Kabel ist hier gerissen. Jo. Das passiert schon mal. Schon seit Ewigkeiten. Das heißt, wir haben richtig wenig. Haben wir überhaupt Iridium jetzt? Ja, Iridium-Ingels müssen wir drin haben. Eine Frage, würdest du dir was ausmachen, wenn ich von deiner kleinen Rakete erstmal nur die Rocket-Assembling-Maschine und die Fueling-Station mobsse, anstatt sie neu zu craften und sie halt später wieder hinsetzt? Bau ab, was nicht so nagelfest ist. Gut, weil dann kann ich mir das Craft nämlich gerade mal sparen und das Ganze geht ein bisschen fixer. Ähm, haben wir noch welche von diesen, äh, Structure-Towers zufällig? Structure-Tower, Structure. Da einen Structure-Tower haben wir noch übrig, aber... Wo willst du denn hinsetzen? Ja, an einen von deinen Launch-Bads, weil... Ähm, ich... Warte, ich brauche noch ein paar Structure-Towers, ich wollte noch einen Screenshot machen. Ja, ich bin ja gerade dabei, den zu setzen. Ich sag, ich setze hier welche hin und du sagst, warte, ich brauche noch welche. Du willst doch schon weitere Sachen bauen, ich kann auch nicht. Hä, warte, hast du gerade Structure-Towers gecraftet? Ja! Lol, ich habe gerade die Steel-Rods dazu gemacht. Einmal durchgecraftet, ich wundere, warum keine Steel-Rods mehr da sind. Na, okay, komm. Ja, mach deinen Screenshot. Hab ich, hab ich, hab ich schon, hab ich. Okay, gut. Äh, ja, genau, das wollte ich. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich das brauche, aber... Okay, ähm... Außerdem brauche ich jetzt... Kann ich deine Rakete komplett aufreißen? Da kann ich ein paar echte Füße... Mach es neu, du darfst doch die Sachen nicht mehr benutzen von vorne. Ja, Ripp, dann dauert es jetzt ewig. Dann muss ich einen Stopp machen, wir machen das ohne Aufnahme. Ja, das war ein Spaß, Junge. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ich glaube, die Rakete kann man wieder recyceln. Die ist erstmal nur, um Satelliten zu kriegen. Und wenn wir das richtig machen, dann kriegen wir die Rakete zurück mit Satelliten, Anführungszeichen. Ähm, hast du zufällig schon so eine Satellite Bay im Inventar oder schon gecraftet gehabt? Nee, das andere Ding, Satellite... Äh, was war das, Bilder? Satellite Bilder, okay. Dann mache ich jetzt mal die Satellite Bay. Die brauchen wir nämlich... Eine... Das Ding brauchen wir, das Ding brauchen wir. Okay, eine Satellite Bay, da ist nichts drin. Und einen Guidance-Computer, den mobs ich mir gerade noch von dir, mit einem... Äh, was war das hier? Satellite Chip müssen wir noch machen. Satellite Chip, der wird gemacht. Basic Circuit haben wir bestimmt noch. Und dann einmal craften... Oder auch nicht. Also was soll ich denn jetzt machen? Satellite Chip. Hast du einmal so einen Basic Circuit, den du kurz durchgraften kannst zum Satellite Chip? Da haben wir doch super viele Wafern, so Zeug produziert. Ich mache schon, ich mache schon. Okay, das wäre cool, wenn du den hast. Dann baue ich nämlich mal die Rakete auf. Ähm, haben wir noch viel... Haben wir noch Triebwerke? Es geht gar nicht an, wieso nicht? Äh, brauchst du zufällig Wasser oder wie? Ach lol, der Output ist voll. Ja, okay, gut, das kann natürlich auch sein. Ähm, Liquid Fueled Engine brauchen wir noch ein paar tatsächlich. Haben wir zufällig noch... Wartierende Rolling Machine? Och, drei Stück gerade so. Also was soll ich machen? Ein Satellite ID Chip. Ach, easy. Habe ich schon. Habe ich schon längst im Eventar. Das ist gut. Und diesen brauche ich. Besten Dank. Liegt vor der Tür. Haben wir den Aloysmelder? Da haben wir den Aloysmelder. Also ich muss jetzt sowieso diese Monitore machen. Da brauche ich jetzt drei von diesen Monitoren. Du hast einen von mir gemobst. Also ich muss, ähm, nicht Fueling Station. Was muss ich jetzt machen bitte? Erzähl mir, erklär mir das. Ähm, du hast jetzt einen Satellite Builder, ne? Setz den erstmal und schließ den an Strom an. Und dann brauchen wir noch einige Upgrades, die am besten gecraftet werden müssen. Ein Optical Sensor, Composition Sensor und Mass Detector. Aber dann müssen wir drei Dinger starten. Das heißt, wir brauchen noch mehr von den Monitoring Dingern, ne? Ja, aber wir können ja vielleicht den einen Monitor abbauen und zum nächsten hinsetzen oder so. Das heißt... Das ist clever. Ja, das wäre vielleicht so. Also der wird sozusagen, der Satellite Builder wird... Aber das ist... Ich dachte, dass wir den irgendwie hochschicken. Nee, nee, hochschicken tun wir eine Rakete. Mit einem Satelliten, der drin gemountet ist. Ja, okay. Und der Satellite Builder sagt X. Geht nicht. Satellite Builder, hast du den an Strom angeschlossen? Der sagt... Nee, ich kann hier auf ihn zugreifen. Der sagt X, als würde dem was fehlen. Die Maschine ist nicht vollständig. Hm, warte. Da müsste ich... Sicher, dass unter dem auch das Launchpad sein muss? Äh, ja, glaub schon. Äh, schein... Keine Ahnung. Ich hab... Ist eigentlich unter ihm, aber... Ist ja der gleiche Fehler, den wir hatten. Schließ mal Strom zuerst an. On my way. Dann gucken wir mal. Ansonsten müssen wir mal kurz nachgucken. Nee, das würde auf keinen Fall funktionieren. Strom ist nicht das Problem, weil er hat... Ach so, warte, 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 warte. Der Satellite Builder, der muss nicht an das Raumschiff dran. An das Raumschiff muss, ähm... Der Satellite Assembler dran. Aha. Also, du redest sowieso gerade falsch. Du hast gesagt, an das Raumschiff dran. Das heißt, das, was ich gebaut habe, muss an das Raumschiff dran, aber an das Launchpad der Assembler. Äh, ja, aber warte mal kurz, Assembler finde ich gerade auch nicht. Unmanned Vehicle Assembler, Precision Assembler. Du meinst die Rocket Assembly Machine? Das war das, was ich von Anfang an meinte. Soll ich das aber machen, Papa? Ja, genau. Die habe ich aber gerade schon im Inventar, die wollte ich doch sowieso hinstellen. Die hast du ja von mir geklaut. Genau, weil ich sie hinstellen wollte. Deswegen, ja, und danach habe ich gefragt. Nein, nein, das wollte ich nicht. Haben wir, glaube ich, an einer vorbeigeredet. Da, doch, die brauchen wir. Boah, Entschuldigung. Mach ich nochmal ein paar weitere? Wir schicken den Satelliten ja mit einer Rakete nach oben. Also das Ganze ist ein bisschen komplex und umfangreich, aber wir kommen da zurecht, keine Sorge. Ich hatte das eigentlich genau richtig verstanden, nur, ähm, ich glaube, weil du dachtest, ich meinte was anderes. So, die Fueling Station muss ebenfalls mit dran. Soweit, so gut. Und die brauchen jetzt Strom. Und dann war ich gerade dabei, mithilfe von ein paar Triebwerken, das Ding zu bauen. Problem war, wir hatten mal wieder nicht genug Titanium für Triebwerke. Und deswegen hat das nicht ganz geklappt. Und ich wollte gerade Wasser neu holen für die Rolling Machine, damit ihr uns weiter diese Platten macht, damit ich weitere Engines bauen kann. Wir haben ein Problem, Spark. Wir haben immer Probleme. Wo kriegen wir Titanium her? Äh, wo haben wir das denn ursprünglich hergekriegt? Wir hatten ganz viel Energie. Wir hatten irgendwie 200 im Inventar, aber die sind bald weg. Ja, wo hatten wir das denn generell herbekommen? Keine Ahnung. Ähm, da hatten wir doch als Dust ganz viel. Wo kriegen wir das denn her? Das haben wir gekriegt aus... Crusher aus dem Heavy Thief, wenn wir... Ja, wo ist Ex-Nehilo's Thief? Ach, Nether Gravel. Du hast doch hinten bestimmt auch Nether Gravel. Ach, lol, das hab ich abgerissen. Ja, und da haben wir es herbekommen ursprünglich. Also muss ich das wieder aufbauen? Ja, vorerst würde ich mal sagen, reicht uns erstmal das, was wir haben. Sicher? Ja. Ja, wir haben nur 30 Stück. Und ich kann jetzt schon keine Rots mehr machen. Wir haben gar keinen Ingot mehr. Das sind die letzten 10 Ingotts, die ich mir im Inventar habe. Und ich wollte gerade 40 verkraften. Ach so, ähm, ich hab hier hinten welche zum Hammern durchgehauen, zum Plattenmachen für Raketentriebwerke. Ich hab nochmal 32 Ingotts, die kann ich dir reintun. Ähm... Aber ich mach's jetzt trotzdem, ich baue's jetzt lieber schnell auf, dann haben wir ganz hurtig was da, weißt du. Kann das sein, dass du mir einen Satellite, äh, Planet-ID-Chip zugeschmissen hast und keinen Satellite-ID-Chip? Ich hab den noch gar nicht zugeschmissen, weil du es nicht aufgesammelt hast. Da liegt der doch... BTF, BTF, danke. Ähm, ich hatte wahrscheinlich voll das im Tag gehabt. Das ist wahrscheinlich dein eigener gewesen. Ja, trip. So, Satellite, den, ähm, Builder, den müssen wir ganz normal so an Strom anschließen. Der braucht, glaub ich, kein Launchpad. Und da können wir dann das Ding zusammensetzen. Aber zuerst muss ich ja die unbemannte Rakete hochschicken mit einer leeren Satellite-Bay drin. Plus Guidance-Computer. Äh, in den Orbit einfach nur. So, dann mach ich das mal eben, oder bau das mal eben da zusammen. Ich mobbs dafür halt mal kurz deine Rakete. Ich brauch nämlich ein paar Tanks. Ey, wieso craftest du's nicht neu eigentlich? Weil, ähm, wir für die Teile doch auch Titanium brauchen, für die Tanks. Nee, für die Tanks brauchst du nur Steel. Für das untere brauchst du nur Steel und du baust dir gerade mal, bau doch deine Rakete ab. Böse. Das ist für eine Kraftarbeit von 20 Sekunden gewesen. Jetzt baut er meine ganze Rakete ab, die ich 10 Folgen lang gebaut habe. Übertreibung Incoming. Die Rakete muss, ähm... Kannst du mir nochmal sagen, vielleicht erinnerst du dich, diese Teile, die unendlich Items fressen. Wie heißen die nochmal? Die Storage Unit? Nee, nee, nicht die, die ich genutzt hatte da bei dem System. Äh, äh... Brawler? Drawer. Mit D-A-R-W. Was? D-A-R-W? Ja, Drawer. Ach, Drawer. Ja. Ja, aber da, da haben wir es doch. Weil ich denke, so einer reicht, dann werde ich einfach nur Titan rein tun. Haben wir noch Titan, das? Nee, haben wir nicht mehr. Bisschen, nö. Nee, haben wir kein einziges mehr. Das hätte ich gebraucht, um das vorher einzustellen, aber, naja. Achso, ja, ich bin da, ich, ich warte die ganze Zeit auf Triebwerke. Wir brauchen hier einfach genug Titaniumplatten. Für diese Kack-Triebwerke of Doom. So, ich mach nochmal hier vier Stück. Okay, ich glaub, das reicht dann erstmal. Du hattest halt auch nur ein Triebwerk für deine Rakete gehabt, für die große. So, davon brauch ich, also, so, jetzt noch zwei weitere Tanks. Dann Tank hier. Eins. Es fehlen wieder Platten. Und es fehlen Steel Rots. So, ein paar von denen hab ich. Ich hoffe mal, dass die Rakete dann wirklich zurückkommt, dass das alles klappt. Sollte jedenfalls. Sollte, müsste. So fängt es immer gut an. Gut. Als nächstes brauchen wir den, eine leere Satellite Bay. Kommt die rein. Und wir brauchen einen Guidance-Computer mit einem Satellite-ID-Chip, der unprogrammed ist, wie ich das gesehen hab. Okay. Ja. Und dann müssten wir das Ding hochfeuern. Zuerst natürlich noch füllen. Mach bitte noch nicht, bevor du es hochfeuernst. Ich will es gerne sehen. Ja, ich muss erstmal Treibstoff in rein kloppen. Aber wir haben ja... Ich bin hier immer die ganze Zeit am Craften, deswegen krieg ich es leider nicht mit, wenn du jetzt irgendwas machst. Genau, Treibstoff haben wir hier noch. Wo ist der linker? Den linker hab ich bestimmt ins ME geworfen. So, linker. Nee, hab ich auch nicht im ME. Keine Ahnung, wo das Ding ist, aber ich kann mir mal fix ein Neues machen. Linker... Na komm, wo ist er? Sind wir da betriebsblind? Gibt's da aber in die Suche einen? Ach, war von Lib Vibes wahrscheinlich, genau. Ah, Leute, ich hab ihn doch im Mittag. Egal. Gut, und diesen linken wir jetzt einfach mit... der... Rocket Assampling Machine. Zack. Ups. Nee, hat er funktioniert? Hat nicht funktioniert. Liegt wahrscheinlich daran, dass die erstmal Strom braucht. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So, und so, und dann... So, und... So. Jetzt müsste das Ding Strom haben. Ja. Dann kann ich das hoffentlich jetzt linken. Nee, Shift. Auf die Rakete, das macht's irgendwie nicht wahrscheinlich. Vielleicht muss ich die zuerst bauen. Scannen und bauen. Wahrscheinlich kann man nicht die Blöcke dann drauf linken, sondern erst die fertige Rakete. Deswegen baue ich die gerade mal. Nothing to be linked. Warum will der das nicht machen? Linked successfully. Ah, okay, jetzt. Daran lag. So. Äh, jetzt muss die Rakete halt noch gefüllt werden. Ich kann... Kann ich mich überhaupt da reinsetzen jetzt? Nein, glaub nicht. Ist aber auch ein Satellite-Chip drin. Äh, aber ich kann sie füllen, indem ich hier in die Fueling-Station was reinhaue. Ja. Wird gerade noch gefüllt. Und wenn's voll ist, schicke ich das Ding mal los. Dort wahrscheinlich kurz. Ich mach kurz einen Schnitt und lese mir nochmal das Ding hier durch, bevor ich was verkack. Aber ansonsten sollte es klappen. So, da wäre ich wieder. Sollte so richtig sein. Hier haben wir durchgelesen. Die Rakete müsste auch jetzt vollgetankt sein. Denn wir haben das durch. Das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, ist eine Monitoring-Station. Diese brauchen wir, damit wir die Rakete fernsteuern können und sehen können, ob die auch komplett vollgeladen ist. Die hau ich mal da daneben. Und die hat mal Fuel steht hier leer. Ich glaub, die brauchst du gar kein Strom eigentlich, aber... Da steht, dass das Fuel leer ist. Mission Brock is not available. Rocket unscanned. Hä, hab ich doch gemacht. Scan. Das Ding müsste eigentlich gefühlt sein. Ach so, den muss ich auch noch linken. Jetzt. Ah ja, genau. Jetzt ist Fuel voll. Mission Progress not available. Ach so. Ah, ich hab's noch nicht gestartet. Aber ich könnte jetzt starten. Bist du bereit, Kev? Warte, warte, warte. Ich werde es noch angucken. Weil ich jetzt mit meiner Maschine beschäftigt. Das ist ein Satellit und der schickt... Genau. Also nein, da ist noch kein Satellit drin. Da ist eine leere Satellite Bay drin unter dem Guidance-Computer. Und die Satellite Bay ist leer, damit wir dort einen Satellit vom Orbit erstmal... Das ist nicht die Satellite Bay. Das ist doch das, was ich gebaut hab, oder nicht? Nee. Satellite Bilder hab ich hier. Ja, den brauchen wir auch noch. Muss der nicht mit? Den brauchen wir, wenn wir erstmal den Satelliten, also dieses Satellitengestell aus dem Weltall runtergeholt haben. Ich konnte das doch nicht craften, weißt du noch? Und deswegen musste ich das erst von oben holen. So, und diesen Satellite Bilder brauchen wir dann, wenn wir dann das Ding zurückbekommen, das Gestell, dann müssen wir so ein Satellite-D-Chip, das kombinieren, plus Modifier draufpacken und dann können wir unseren eigenen Satelliten nach oben schießen. Jetzt muss ich erstmal ein Satellitengestell aus dem Orbit klauen. So nach dem Motto. Das ist aber komisch irgendwie, ne? Ja, man kann das Ding nicht craften, man muss es holen. Ich hab hier 1.2.1 Changes geguckt. Satellite Chasses must be crafted before building a satellite builder. Und diese Satellite Chasses kriegst du nur, can be retrieved from orbit by placing a satellite chip. Und das war genau das, was ich jetzt gemacht habe. Ja, ich hab's verstanden, brauchst du mir die Wiki nicht vorlesen. Go, 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 go. Boah, das sieht geil aus, Alter. Yes. Und die Rakete fliegt jetzt erstmal da hoch. Und dann hoffen wir mal, dass die Mission erfolgreich ist. Auf dem Monitor müssten wir jetzt eigentlich sehen können, den Fortschritt der Mission. Noch steht da not available. Ne, wir sehen dabei alt, wo die ist. Erstmal musst du die ja raus. Ja, genau, aber Mission Progress not available. Vielleicht muss die zuerst oben ankommen. Und wenn sie angekommen ist, geht die Mission los, den Satelliten zu finden. Das wird eine gewisse Art von Zeit dauern. Und dann sollte die Olle wieder runterkommen und uns dieses Satellitengestell zurückbringen. Hoffen wir mal, dass das so klappt. Dann sollte die Olle wieder runterkommen. Richtig. So, jetzt ist es oben angekommen. Und passiert was? Nein. Weiter nicht. Not available. Das ist sehr schade. Müssen wir jetzt warten, oder? Ja. Ich glaube schon. Eigentlich sollte. Das war jedenfalls. Ich bin genau den Anweisungen gefolgt, Kev. Soll ich nochmal Launce drücken? Kannst du gerne mal probieren. Was? Vielleicht kommt die dann runter. Ne. Also normalerweise dauert das dann eine gewisse Zeit, bis die Mission vollführt wird. Genauso wie wenn du Sauerstoff oder irgendwelche Gase vom Gasmanage farms, steht dann auch Mission Progress und dann dauert das eine gewisse Zeit. Normalerweise müsste auch die Zeit jetzt laufen, wird uns aber nicht angezeigt. Also läuft bei uns nicht durch. Das ist etwas schade. Das ist merkwürdig. Warte, vielleicht ist das an was anderes gebunden? Ne, ne. Ich hab's neu gelinkt. Ich hab's komplett neu gelinkt. Link auf die Rakete. Ich hab gesehen, dass Treibstoff dann voll war. Und, äh. Das ist ja doof. Ja. Ein bisschen. Ähm. Ich hab den Guidance-Computer obendrauf geknallt gehabt und, ähm, auch den Satellite-Chip in den Guidance-Computer reingelegt. Aber irgendwie ist die Rakete jetzt weggeflogen und, äh, kommt nicht wieder, oder wie? Scheint so. Hm. Das ist ziemlich kacke. Ja, meine Freunde, ich würd sagen, Ende der Folge. Wir werden's bis zum nächsten rausfinden, was da los war. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht kriegen wir auf anderen Wegen den Satelliten. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.